Kuriose Fakten. Die Erstausstrahlung von Pokémon in Deutschland war am 1. September 1999 auf RTL 2. Eintags Fliegen essen nicht. Sie fressen nur, während sie Larven sind. Ein Glas Coca-Cola enthielt bis 1903 etwa 8,45 Milligramm Kokain. Schottlands wichtigstes Exportgut nach Saudi-Arabien ist Sand. 1386 wurde in England ein Schwein zum Tode durch den Strick verurteilt, weil es ein Kind getötet hat. Eine Fliege, die in ein Wasserglas gestürzt ist, kann man wiederbeleben, indem man sie mit Salz bestreut. In Frankreich glaubte man im 18. Jahrhundert daran, dass man sich den linken Hoden abbinden muss, um einen Jung zu zeugen. In Neuseeland wurden Kühe gezüchtet, die von sich aus fettarme Milch geben. Der südlichste Punkt Afrikas ist das Cup Agulias und nicht das Cup der guten Hoffnung. In Köln kostet es 30 bis 60 Euro Strafe, wenn man auf den Boden spuckt. Leise Würze stinken in der Regel mehr als Laute. Seesterne haben wohl kein Gehirn. In den USA leben mehr Tiger in Gefangenschaft als weltweit in freier Wildbahn. Stabheuschrecken haben bis zu 10 Wochen lang Sex. Gerüche riechen in der linken Nasenhälfte anders als in der rechten. Schmetterlinge riechen und schmecken mit den Füßen. Katzenurin leuchtet unter Schwarzlicht. Der Weltrekord für den längsten Dauerschluckauf liegt bei 69 Jahren. Like und folgt mir für mehr.